Er ist wieder glücklich. Im Jahr 2014 schien Joey Heindle, 25, in seiner Justine die Partnerin fürs Leben gefunden zu haben. Die Krönung ihrer Liebe war eine romantische Hochzeit vor etwa eineinhalb Jahren. Doch im Sommer 2018 gaben der Ex-Dschungelkönig und seine Liebste überraschend ihre Trennung bekannt. Jetzt gibt es erneut Liebes-News beim Sänger, Joey soll eine neue Frau an seiner Seite haben. Aus seinem Instagram-Account veröffentlichte der 25-Jährige vor wenigen Stunden ein Bild, auf dem er die Hand einer unbekannten Frau hält. Zu dem Foto schrieb der Musiker zwar nichts, versah seinen Post aber mit einem vielsagenden roten Herzen. Laut Boulevard soll es sich bei der Unbekannten um die Eistänzerin Ramona Elsner handeln. Ein gemeinsamer Freund packte jetzt über die beiden Torteltauben aus und verriet, beide sind total verliebt und glücklich, dass sie es endlich zeigen können. Die zwei sollen laut der Quelle schon etwas länger zusammen sein, wollten ihre Beziehung aber zunächst ohne zu viel Öffentlichkeit wachsen lassen. Jetzt scheinen die frisch Verliebten ihr Glück aber nicht länger verstecken zu wollen, denn auch Ramona postete auf Instagram zeitgleich dasselbe Hand-in-Hand-Foto mit ihrem Schatz. Und dass es zwischen ihnen etwas Ernstes ist, bestätigte der Insider auch, Joey hat auch bereits ihre Familie kennengelernt, Instagram, Joey Heindle, Joey Heindle Hand-in-Hand mit einer Frau Anzeige, Instagram, Rami Elzener, Ramona Elzener, Eistänzerin Anzeige, Friederich Kern, Future Image, Joey Heindle 2018 in Dresden Anzeige, Tipps für Promiflash. Einfach E-Mail an, tipsitpromiflash.de